Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Serie zu Identity und Access Management. Heute wieder mit Role-Based Access Control, auch wenn es aus dem Titel nicht eindeutig hervorgeht. Denn wir sind schon ein bisschen über die Grundlagen hinausgekommen und sind bei Base Arbac angekommen. Das ist quasi das fundamentale Modell mit noch einem kleinen Zusatz, den man eigentlich fast immer braucht. Und anschließend mit zwei Varianten davon, mit dem Hierarchical oder Hierarchischen Arbac und dem Constraint Arbac. Genau, und das macht mir sehr viel Spaß, das so auszusprechen. Es tut mir leid. So, okay, also was ist erstmal Base Arbac? Base bedeutet in dem Fall grundlegende Variante, trotzdem erweitert zu dem, was wir uns letztes Mal angeguckt haben, nämlich um das Konzept der Sessions. Ihr seht das hier noch vom letzten Mal, das ist eigentlich relativ straightforward. Und zwar haben wir hier eine Menge an Usern und jeder User hat einige Rollen zugewiesen bekommen. Diese Rollen habe ich jetzt einfach mal hier in Blau, Gelb und Orange dargestellt. Und jede dieser Rollen bedeutet Zugriff auf einige Ressourcen. Das heißt, wir haben eine Menge U an Usern, eine Menge R an Rollen und eine Menge P an Rechten bzw. Permissions und jetzt neu eine Menge S an Sessions. Und diese Sessions sind sozusagen die Punkte, wo ich mich eingeloggt habe. Das heißt, ich kann eingeloggt sein als Administrator, kann aber dann noch zusätzlich meine Rolle als Moderator aktivieren und so weiter und so fort. Ihr könnt euch das ein bisschen so vorstellen, dass ich zum Beispiel auf der Academy wieder mal mich einlogge und gleichzeitig Zugriff habe auf das Admin-Dashboard, auf das Moderator-Dashboard und gleichzeitig natürlich noch den User-Access mit demselben Login. Das wäre alles in einem und ja, kann man so machen. Das ist eine Möglichkeit. Hier haben wir dann natürlich noch einen, der nur auf dem Moderator-Dashboard eingeloggt ist und einer, der nur auf dem Admin-Dashboard eingeloggt ist und einer, der auf dem User- und dem Admin-Dashboard eingeloggt ist mit seinem Account. Und das kann man natürlich machen, vor allem über Single Sign-On. Jetzt habe ich das nächste Keyword hier reingeworfen. Dazu kommen wir aber noch. Genau, das wäre eine Möglichkeit, wie man das Ganze hier regeln kann. Hat aber natürlich einige Probleme, denn ja, wir können hier jetzt im Zweifelsfall, wenn dieses Session hier gestohlen wird, also meine Sessions sind ja normalerweise in Cookies gespeichert und wenn dieses Session gestohlen wird, dann habe ich ein Problem, denn dann ist gleich alles weg. Das malträtiert so ein bisschen mein Separation-of-Duties-Prinzip, das wir uns letztes Video angeguckt haben. Denn Separation-of-Duties ist hier definitiv nicht vorhanden, wie ihr sehen könnt. Das ist quasi das genaue Gegenteil davon. Und dementsprechend nur bedingt zu empfehlen. Wie gesagt, das funktioniert wunderbar, wenn die User mit ihren Rollen sparsam umgehen und wirklich nur das aktivieren in ihrer Session, was sie brauchen und sich dann halt auch im Zweifelsfall wieder ausloggen, wenn sie es nicht mehr brauchen. Das würde für mich bedeuten, wenn ich jetzt einen Single Sign-On über einen Identity Provider habe, also sagen wir mal, wir haben ein, sagen wir einfach mal, wir sind Google. Google hat ja diese Login-Funktionalität und wir nutzen tatsächlich immer nur genau das, was wir auch wirklich brauchen. Das heißt, ich logge mich natürlich wieder aus, nachdem ich mit meinem YouTube-Dashboard fertig bin und konsumiere. Also ich kann mich quasi aus meinem YouTube-Dashboard dann wieder ausloggen, wo ich meine Videos verwalte und kann dann weiterhin immer noch eingeloggt irgendwelche anderen YouTube-Videos konsumieren mit demselben Account. Das wäre eine Separation of Duties. Macht YouTube übrigens auch nicht so, wenn ich mich aus meinem YouTube-Dashboard auslogge, dann bin ich auch plötzlich als mein normaler Nutzer ausgeloggt. Das heißt, ja, man muss entweder gleichzeitig immer eingeloggt bleiben, um auf Studio Zugriff zu haben oder man ist halt gleich auf beidem ausgeloggt. Also Separation of Duties selbst bei YouTube nicht unbedingt gegeben. Trotzdem hat Google das an manchen Diensten, wenn man sich mit seinem Google-Konto ausloggt, dann ist man eben überall ausgeloggt, aber wenn man sich einloggt, ist man nicht gleichzeitig überall eingeloggt, sondern manche Bereiche, die ein bisschen sensibler sind, brauchen nochmal einen zusätzlichen Login von mir. Und ja, das kann man so machen. Wie gesagt, das ist allerdings nur wirklich gut, wenn die User auch sich Gedanken darüber machen, wo sie eingeloggt sein wollen und was man vielleicht auch wieder sich ausloggen kann relativ schnell. Und das passiert selten. Das ist eher im Unternehmenskontext eine Möglichkeit, aber auch wirklich nur im Unternehmenskontext ist es super wichtig, dass man da so sehr drauf achtet, außer man hat da super kritische Dienste. Eine Möglichkeit, die User zu ihrem Glück zu zwingen, ist das aber trotzdem oder gibt es trotzdem und zwar im sogenannten Constraint-Arbuck. Das Constraint-Arbuck meint damit, wir limitieren einfach alles mögliche. Also wir können alles mögliche limitieren. Man kann zum Beispiel sagen, hey, jeder User kann maximal eine Rolle in einem Set bekommen aus verschiedenen Rollen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in meinem YouTube-Studio eingeloggt bin, kann es sein, dass ich dann zum Beispiel nur die Rechte habe, um Videos hochzuladen oder eben oder die Videos zu gucken auf YouTube oder meinen Kanal zu löschen oder oder oder. Ja, und dass ich nicht alle Rechte auf einmal habe, sondern mich dafür extra authentifizieren muss. Eine weitere Möglichkeit, und jetzt wird es ein bisschen fancy, ist, dass man die Anzahl an Mitgliedern in einer Rolle begrenzt oder die Zustandsänderung begrenzt. Sprich, dass ich nicht beliebig hin und her switchen kann zwischen einer Rolle und einer anderen Rolle oder dass eben zum Beispiel ich maximal zwei Administratoren gleichzeitig eingeloggt haben darf. Das kann man machen und dann würde man zum Beispiel den alten oder den zuerst eingeloggten Admin rauswerfen. Das kann man machen, aber ich persönlich habe dafür bisher selten Nutzen gefunden hier für dieses Szenario hier. Am sinnvollsten ist dann doch noch, dass man maximal eine Rolle in einem Set aus Rollen hat. Man kann aber natürlich mehrere Sets an Rollen haben, also zum Beispiel YouTube, Google oder eben die verschiedenen anderen Dienste, die dann eben voneinander getrennt sind. So, das ist eine Möglichkeit, macht manchmal Sinn, müsst ihr jeweils in eurer Anwendung entscheiden, ob das sinnvoll ist oder auch nicht. Zuletzt haben wir aber noch das sogenannte hierarchische Arbac. Das habe ich ja auch schon vorhin gesprochen. Und das ist auch eine Möglichkeit, wie man mit vor allem steigenden Rechten immer mehr umgeht. Und ja, das erklärt sich, glaube ich, relativ von selbst. Ein Product Manager ist dann einfach eine geerbte Rolle. Das heißt, also wir haben trotzdem immer noch Base Arbac übrigens, das bleibt alles davon. Hierarchisches Arbac ist quasi auch eine Modifikation von Base Arbac, geht aber in eine andere Richtung als das Constraint Arbac. Und zwar haben wir dann einfach die Rollen zum Beispiel Developer, Test Developer und Writer für irgendwas. Und denen oben drüber stehen der Product Manager und der Supervisor. Und der Product Manager, da der quasi das machen muss, was ein Developer und ein Test Developer machen muss, jetzt nur hier als Beispiel, kann der eben beides auch machen. Das heißt, er bekommt auch für beides die Rechte. Der Writer untersteht dem Supervisor und dementsprechend hat der Supervisor seine Rechte plus die Rechte vom Writer. Das wäre auch eine Implementierungsmöglichkeit hier. Das ganze System ist dann am Ende reflexiv. Logischerweise, der Writer hat die Rechte des Writers. Wow, I guess. Ich wollte hier das einfach nur aufschreiben. Es ist auf jeden Fall transitiv. Das heißt, wenn wir jetzt hier über dem Product Manager und dem Supervisor zum Beispiel noch den Admin haben, dann hat der Admin die Rechte vom Product Manager, aber auch vom Test Developer. Sprich, diese Rechte werden weiter übertragen. Sie sind transitiv und sie sind antisymmetrisch. Das heißt, wenn der Product Manager die Rechte vom Test Developer hat, dann hat der Test Developer nicht die Rechte vom Product Manager. Das ist ja genau der Sinn von einer Hierarchie. Dadurch kann man das Ganze vielleicht ein kleines bisschen einfacher gestalten. In meiner Praxis hingegen war hier das Problem, dass der Product Manager oder einfach der Chef oftmals nicht die Rechte braucht, die ein Developer braucht. Und damit sind wir so ein bisschen wieder mal am Maltretieren von unseren Prinzipien, nämlich dem Least Privilege Principle. Das bedeutet, wir wollen eigentlich weniger Rechte verteilen, wenn wir das irgendwie können. Wenn der Product Manager jetzt aber zwangsläufig einfach alle Rechte vom Developer und vom Test Developer hat, aber die eigentlich gar nicht braucht, dann sollten wir ihm die entziehen. Es geht aber nach dem Hierarchischen Arbuck überhaupt nicht, denn der sollte auf jeden Fall dann alle Rechte haben. Das ist quasi die Definition von diesem Hierarchischen Arbuck. Genau. Das heißt, Hierarchisches Arbuck in der Praxis oder in der Theorie, ja, okay, kann man machen. Das Problem dabei ist einfach, dass das hier in der Praxis deutlich leichter zu verwalten ist, aber eben dieses Least Privilege Principle ein bisschen kaputt macht. Und dann haben wir, wie gesagt, dieses Constraint Arbuck, was die Praxis einfach ein bisschen kaputt macht. Man muss sich hier entscheiden, es gibt kein richtig oder falsch. Es kommt immer darauf an, was ihr für eine Anwendung habt und was für euch sinnvoll ist. Überlegt da am besten, ob ihr wirklich Fälle habt, wo das perfekt zutrifft. Dann könnt ihr die gerne nehmen. Ansonsten verändert gerne. Verändert, passt an, so wie ihr das bei euch in der Anwendung braucht. Dann ist gut. Es gibt hier in dem Fall einfach kein richtig oder falsch. Es gibt verschiedenste Lösungen. Und das sind nur die Möglichkeiten und die Ideen, die sich andere Menschen mal gemacht haben, die ich euch hier mal gebe. In der Praxis hat jeder was Eigenes. Und in der Praxis ist auch alles nochmal deutlich komplizierter. Gut, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.